2 und 1 Rechts, 3 plus links, 4 plus links, 4 plus eines Drabis und gefahren wird dieser Drabi von Patrick Künninger und Dino Naumann, der Vize-Radio-Meister von Sachsen-Thüringen in diesem Jahr. Wisst ihr jetzt, was das absolut Tollste überhaupt an Information ist? Er hat ein halbes Jahr gesucht. Dieser Drabi fährt mit Katz. Damit sind sämtliche Autos im Film alle mit Katalysator ausgerüstet. Ein halbes Jahr hat er gesucht, bis er ihn gefunden hat. Jetzt hat er ihn, Patrick mit den Katz. Pat mit den Katz finde ich super. Patrick Künninger und Dino Naumann. Witzig! 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 Norddeutscher Rundfunk Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. 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 Oh, oh.